Seid gegrüßet Jünger des GGG Gute Nachrichten sind zu vermelden, heute eröffnete eine weitere GGG-Pyramide im Herzen Europas seine Pforten rund eine Milliarde Österreicher stürmte diesen Palast des GGG um den berühmt-berüchtigten YouTuber GGG zu sehen und erhielten Autogramme. GGGs Abonnenten veranstalteten eine Parade und bildeten spontane Flashmobs, der GGG ist entzückt wie viele seiner Abonnenten sein Herz geküsst haben und wünscht den 29 Milliarden Abonnenten viel Glück bei den Spendesammlungen. Denn GGG möchte 2022 eine weitere Pyramide bauen lassen von welcher aus er sein YouTube-Imperium weise und gerecht mit stählerner Unbarmherzigkeit und Ignoranz leiten wird. Danke an alle 12 Milliarden Österreicher die mitgeholfen haben die erste Pyramide zu bauen. Adios